Natürlich wie immer moin Leute, auch auf Twitch. Ich hasse es. Ja, 7 Days to 3. Wieder mal ein Mitteiler. Ich hasse das Spiel, ich hasse diesen Stream. Obwohl ich muss es dann positiv sehen, dann brauch ich keine 4 Tage, bis dann vielleicht zu da mehr spielen. Ich hatte das Feier. Achja, wir sind ja immer noch hier. Die Parkhaus. Ich habe gesehen aus einer Kriegslose kann man was zu... eine Bombe bauen, ne? Warte, wo warst du jetzt? Ja, ich bin immer noch die Untertitel. Ich bin noch zu liegen gegangen. Ich... Tatsächlich bricht er sich schon wieder den Knochen. Die Pferde. Doch, eine Pferde. Das ist erstmal ein Parkhaus bleiben, ich habe keinen Bock da raus zu gehen. Und ich brauche irgendwas in Bad... Da hast du... was brauchen wir noch mal ein Stockfetzen? Störfetzen, Holz... Scheiße, wo kann ich das nicht Stockfetzen? Hier, ich habe einen Stockfetzen. Oh, bist du? Ich bin oben. Ich habe nur Blaubeeren mitgenommen und Wasser. Ich bin schlau. Ach, zwei. Hä? Ich brauche noch einen Stockfetzen. Hier... Müll finden. Draufhauen. Mit einer Axt. Mit einer Axt. Mit einer Axt. Mit einer Axt. Kriegst gar nichts, wenn du drauf schießt. Hier ist noch mehr, aber... Du darfst da nicht mit einer Axt drauf hauen. Du sollst da mit einer Axt drauf hauen. Du hast doch eine scheiß Axt. Oder eine Spitzhacke. Jetzt einfach nur drauf hauen. Wer musst du nicht? Eigentlich... Oder auf dem Sofa. Ich weiß nicht mehr. Und ich glaube das war ein Sofa, der den Stoff gibt. Ich höre schon wieder Vögel. Das wird doch ein witziger Tag. Bleiben wir jetzt erstmal hier. Schön hier ein bisschen oben. Mh... Bist du noch hier oben? Scheiße ey. Wir müssen ein Gebäude finden, wo noch ein Sofa drin ist. Papier und eine Spitze. Ich bin in der ganzen Sache in Italien, ne? Scheiße. Hallo komm hier rein. Nach unten. Zu mir. Ja warte. Ich würde schnell machen. Wer weiß, was hier gleich kommt. Wo ist der vergangene Weg nach unten? Da. Da ist irgendwo eine Rampe. Wie immer. Warte. Da. Ich bin rechts von dir. Da reingekommen. Ja. Feiner. Komm hier rein. Komm hier rein. Du machst so. Oh. 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 Scheiße. Es ist ein Drenn. Der ist ein Drenn. Ich habe gerade jemanden vorbeilaufen sehen. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Jeesse. Ich kann sie mir das antun. Scheiße. Ich muss den Milchdienst rufen. Da ist jemand dran vorbei. Oh Gott. Oh Gott. Da ist er. Oh Scheiße. Ich muss an den Milchladen. Deine. Direkt vorbeigegangen. Ah. Da. So. Ah. Scheiße. Stopp. Es war nur ein einzigster Zombie und du sperrst uns hier nur ein. Ne. Da war noch einer. Ähm. Toll. Was ist das? was im Graf fänden? Von Gruppen wir in Augen an. Was ist das? Und für die Nerven gibt es jetzt ein Bier. Letzte das war eine Aufmerksamkeit. Das ist das eine Aufmerksamkeit. Ist das ein Deal? Nein. Das ist das ein Deal. Das ist das ein Deal. Das kann dauern. Ach ja, ich habe ja die Bombenmaschine weggeworfen. Ich helfe dir schon, siehst du das? Ach, scheiße. Steht nichts mehr im Weg. Außer dieser Kackstuhl. Okay, wir müssen raus hier. Das ist der Mikronter. Hier ist sicher. Wir können raus. Kommst du mal her? Das wäre schon in der anderen Ebene. Ja. Geh mal auf die Knie. Nein, hier ist nichts mehr. Okay, wir müssen zu unseren Motorrädern, dann geht die Reise auch weiter. Was ist das? Wir müssen gucken, auf der Karte oben natürlich. Da, geradeaus. Diese Pupsdinger da. Siehst du das auf deiner Karte eigentlich? Ja, ich muss jetzt achten. Kann nicht richtig rennen. Hier ist das Hotel. Okay, wir sind direkt hier in der Nähe. Nehmen wir mal eine Schusswaffe raus. Die Hunde spawnen immer wieder. Und zieh auf den Boden am besten. Stimmt, ja. Ich muss ja zu dir. Du kannst ja nichts tun. Wir müssen hier rüber. Geh. Guck mal in die Luft. Da waren wir noch nicht drin, oder? Da waren wir schon. Ne, das ist ein Supermarkt. Da gehen wir rein. Ab hier rein. Na gut, mach schnell auf. Na gut, mach schnell auf. Ah, das ist Metall. Du hast die Spitzel. Okay, machst du aber Rückendeckung. Scheiße, jetzt ist die Spitzel gar nicht. Oh. Jason, sei aber zu lange. Rein hier. Oh mein Gott, ist das Duster hier. Mach mal zu. Das sind Kisten. Die 200 Leben haben. Das ist nichts von da. Ist hier drin? Papier. Was? Los, los. Was? 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 Oh. Ich meine nicht. Nimm auch die Sch smelling raus. Kannst doch mit Fortnummern durch kämpfen. Ok. Die ist kaputt. Ah. Hier gibt es eine Wert des Teils. Die mir nicht. Netzt. Oh. Hast du? Und hier ist Beton. So genau. nach lebensmittel einfach nach lebensmittel oder nach geld geld ist wichtig wenn damit denn zum endlich zum diesen einkaufsladen gehen der hier in unserer nähe ist aha markierbar schon mal unser nächstes hier waren nicht mal ganz drinnen nach wie gehen nach hier okay doch mit dem Torach wo steht meiner sind noch gleich die Karte da steht meine oder ist die Nürnberg ist da ich die Scheibe so ist denn das ist spannend alle wissen ist das dann das mein oder drinnen das war deine nach stein ist einer sicher wir gucken nicht mehr nach Einkaufskur zuerst mal ein paar Tage hierbleiben Nein! Alter, halt die Beschlüsse. Ich will die wenigstens überleben, die sind gut. Die Zerschlüsse mach alles, deswegen... Nicht mal gelootet! Den Football-Hemel. Lalalalalalalalalalalalalalalalalala! Salam aleikum, meine Freunde! Der guten Unterhaltung! Versuch ihn umzubringen. Das ist eine breite... Jetzt läuft er. Nee, er ist gelähmt. Das ist eine große... Jeanshose gefunden. Ich bin noch nicht mal fertig. Was ist denn das denn für'n Scheiß? Die sind ja noch Hüte! Waren wir hier schon? Ja. Du sollst auch mal Loutenteiler! Gibt's nix! Ja, mhm, ich hab da hinten gerade Kleidung und so gefunden und du sagst, hier gibt's ja gar nichts. Wer da ist da keine Kleidung? Trotzdem, Kleidung ist auch wichtig. Ich häng fest. Waren häng... Oh! Die Geltüren hat dieses Gebäude. Ich bin draußen. Die Geltüren hat dieses Gebäude. Die Geltüren. Nee, ist da eins. Ja, meins ist... Meins und da ist es der ganze... Ey, warte mal! Das war mein... Alters! Warte mal mit, das sind unsere alte... Tyler! Hier! Kommst du mit? Weißt wo unsere alten sind? Ja! Irgendwie kommen diese Schreiwit von Outlaws, weißt du diese... Was hab ich denn da drin gelagert? Benzin! Ich geh mal gegen den hier ein... So ein Brille geht weiter. Tyler, hier komm ich! Ich weiß wo unsere Motorräder sind. Ach, du kannst ja nicht laufen. Witzig. Guck mal, das ist das weiße Haus, ne? Natürlich kommt jetzt ein Sturm. So, wir sind auch... Die, ich habe auf... Ach, hör auf! auf schicht und und das kann man abkürzen da stehen die weil es sich auch Schimmel auf ich bin hier oben auf Prozent das sind da die Gesellschaft ist rüber zu reihen Stecken fucking rund so rüber und sterben ich gehe der Fall Achtung sie kommen weil er macht die Schuss bereit wir sehen die Weile unsere Motorräder an sind ok der erste liegt auf dem Boden die AK ist gleich hier weg und da kommt der Hund der Hund kommt der Hund kommt jetzt will ich auch jetzt hätten wir die Schatz über zu reihen ja lauf ich gebe die Rückendeckung du kannst eh nicht laufen deswegen gebe ich dir erstmal Rückendeckung muss erstmal aber gucken ob da dein Hund äh dein Hund dein Auto Keiner das ist meiner das ist aber meiner wo ist meiner da hinten das ist der ne ja wir gehen weiter rein den roten Pfeil bei mir nach hab ich das gehört also fahren wir über die Straße da und kriegen dann gleich ab nein wir müssen hier lang ok wir sehen uns da hinten ok wir sehen uns da hinten kommst du zu mir du fährst deinen hinterher du fährst deinen hinterher das ist deiner nein aber du siehst meinen nicht ich sehe ich sehe auch nicht mal deinen das ist meiner ok wo bist du folgt den grünen Pfeil wie ist das denn für die Gebäude warte mal hier waren wir auch schon ne ja du weißt ja welche Gebäude hier sind ich fahr jetzt raus wie kann mir jetzt heiß sein sollte gerade ausfangen oder ich war doch beim Eingang auf dich da den grünen Pfeil da oben und hier wird es wieder grün ich muss abliegen ich fahrt die ganze Zeit auf dich irgendwo muss er da schön raus gehen da da bin ich schnell weg graus ist das nicht die Partenstadt jetzt wird es grün hä wieso ist es bei dir so wieso ist es bei mir denn grün hä ist doch gerade auch grün ne guck mal bei dir ist grau bei mir ist heftiges grün ach guck mal jetzt wird es grün bei dir ok und da ist der Leuchtturm und da kommt ein Hund oh ich werde in roten Pfeilen schon und da kommt noch eine Hund Alter nie wieder jeher müssen wir ja und wir sehen uns dann ne ich fahr wieder nach Hause hey lass mich nicht alleine kommst du mit zum Hotel hallo ich bin das Erste warte mal dann müssen wir meinen Schlafsack jagen jetzt ab in die Wüste und ich fahrt wieder warm sind die Hunde hinter uns halt mal kurz an halt kurz an halt kurz an aussteigen ich steck runter du ich hab' die Karte ACHTOM ACHTOM Dich schnell Nein töne sie doch einfach scheiße weiß ich was nachher an ich geh mir erst mal rückendeckung ich muss mich versuchen auszuziehen ich höre eine weiß nicht ok aufsteigen losfahren dann müssen wir schnell in meinem Haus rein oh warte mal das ist die Tankstelle oder die war mal her oh ist das im Hotel im Hotel dann lass uns aussteigen zuderein ok stein ok ja schnell schnell und jetzt raus rein Schnauze und bin durchgerammt ich geh nach oben ich bin reingesprungen wir können uns doch noch eine Basis aufbauen ich bin im Gebäude oh Waffe ist kaputt Tyler letztendlich behindert das ist also das neue was ich in Leapack gekriegt habe oder wie Tyler hallo ist das das neue? hallo das mit dem Hotel? ja das Hotel war ja letztes Jahr gab's ja noch nie ich will hier aber nicht wohnen das ist hier schon klar hallo was ich fährst hier noch nicht wohnen aber für für den nächsten Taxi müsste das glaube ich erstmal reichen oder? ja du musst erstmal wohnen oh du kannst ja raufklettern ah da toll jetzt hab ich gleich also ich hab ein kaputtes Sturmgewehr dieser Film benötigt sich im Moment ja gar nicht schmeiß ich kurz raus dann kann ich die äh kann ich erstmal die Knöbel wegpacken hast du noch Fackeln eigentlich mit? also Wandfackel Hund kommt das endlich ja das ist das Reicht der Hunde das Reicht der unten? hallo ich glaub es sind im Reicht der Hund ich glaub ich denke ich schon das ist hoch Tag 12 ist er bald zurecht Ich habe keine Stoffe mehr. Wärts Pistole-Actionhaft, ne? Hä, ein Einkaufsgeschäft? Okay, die haben 300. Wir haben hier Spinte, da können wir erstmal Sachen reinlegen, die wir erstmal nicht brauchen, okay? Ja. Verband, kann man aber immer gebrauchen. Wir gehen ja nachher wieder in die Wüste und ich glaube bezweifle ich stark, dass ich irgendwie... Den Knüppel lasse ich nicht hier. Die Bombomdose, daraus brauche ich nur eine Bombe. Sonnenbrille lege ich weg. Hier stimmt irgendwer. Kümmere dich mal darum. Wir haben da ein Niemandsland gefunden, Tyler. Ein Niemandsland. Ja. Das ist ein Niemandsland. Gefangen im Niemandsland, sag ich mal so. Also wie es im Moment aussieht, sieht wirklich aus, als wäre das Niemandsland, ne? Siehst du das? Ja. Reinstes Arscheland. So Leute, auf YouTube. Das war es mit der Folge 7 Days to Die. Wir fangen im Niemandsland in der Stadt. Wir sind endlich aus der Stadt rausgekommen. Die nächste Folge geht auch weiter. Wir erreichen schon fast die 20 Videos 7 Days to Die. Ich hasse es. Immer noch. 7 Days to Die ist scheiße. Langweilig. Hey. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und Tschüss. Ich habe einen Niemandsland.